So Leute, neue Woche, neues Glück und ich zeig euch heute mal, wo der Battle Verstehen der Woche 7 ist. Schwere Aufgaben gibt es diesmal nicht, in dieser Woche eigentlich relativ leichte. Halb nur das mit den Schaden zufügen, aber das könnt ihr Gruppenkeile ganz easy machen. Aber heute brauch ich nur ein Video machen, das ist nämlich der Battle Verstehen der Woche 7, den findet ihr hier. Ich zeig das Ganze gleich nochmal auf dem Map. Das Ganze ist beim Vokan. Ihr geht hier von hier vorne rein. So, hier ist das Ganze auf der Karte angezeigt. Ich zeig das gleich nochmal ein bisschen besser. Ihr landet einfach die erste Stufe hier, zack. Hier müsste er schon sein. Aber ihr müsst, es kann sein, dass es auch eine Stufe höher ist, ihr hört ihn ja dann. Also entweder da die Stufe oder hier. Das Ganze ist jetzt bei mir noch nicht auf, weil ich die Aufgaben noch nicht abgeschlossen habe. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr gebt ein Like nach oben und gebt meinen Creator Code ein. Der steht unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, haut rein, ich bin raus. Und tschau. Ich bin los, ich bin los. Das Ganze ist ja fast. Ich bin los. Also, das Ganze ist ja fast. Nein, ich bin los. Und ich bin los. Nein, ich bin los. Ich bin los. Vielen Dank.